So, machen wir einen UKW, äh, Quatsch, DRW Plus-Ubelauf, in Ingel, äh, in Ingenstadt, oder Ingelstadt, ach, keine Ahnung, ich seh's ja in der Beschreibung, wo genau, das ist in der Nähe von, ähm, also, man kennt's vielleicht Blaubeuren, es ist nicht direkt dort, aber das nächste Ding, sag ich mal, was man kennen würde, oder vielleicht Münzing, zwischen Bad Urach, äh, mein Gott, zwischen Blaubeuren und Münzing, so, ähm, gut, jetzt gucken wir noch die einzelnen Kanäle durch, natürlich auch ganz wichtig, ne, alle 5a haben wir, nix, so, so, Was ist das? Mal, ein bisschen Radioschwingen, Antenne.de, okay, 6a, Ingelstadt, so, 6b haben wir nix, ne, 6c haben wir nix, 7b, Dann, äh, 6b haben wir auch nix, ne, du, dann, 7a, Oberbayern, Nehmen wir da was, ne, hm. Ich steh mal gerade, gerade immer ein bisschen weg, weil, es kann ja sein, dass irgendwie mal was reinkommt, wo jetzt gerade nicht drankommt. heute auch gar nicht mal so kalt ist sehr gut ich finde es echt überraschend wie stark immer in ballenberg der 9c augenburg reinkommt finde ich sehr überraschend so cnd wahrscheinlich bayern test oder der bayern test fb klar ist mittlerweile super vertreten fc was ist das das haben wir heute drauf wobei heute ist münchen da ok interessant bayern nix nix schweizer antenne.de von ulm und die 13er die brauchen wir gar nicht durchspielen so jetzt die sender so so energie deutschland und ganz neu energie stuttgart stuttgart äh münchen ja münchen ja münchen ja ich weiß ich brauch nicht kommentare schreiben öh das radio zeigt nicht den ganzen namen an bla bla weiß ich ja bereits energie stuttgart der neue sender energie stuttgart ja ich will mal in dem vergleich wissen ob energie national und stuttgart bessere klang war das aber ich finde mal energie manchmal so dumpf so komisch so was ne warte mal das das on air ist energie österreich naja ich dachte grad on air macht ja nur österreich das hier müsste deutschland sein ja also mal gucken ne ne und ja keine ahnung energie stuttgart und mit anderem radio texts lokalischerweise ist er stuttgart version gut, machen wir weiter, wir wollen jetzt nicht hier nicht mein EW war, ne, ganz toll Volkmusik, liebe ich ja das ist das geile Amper Wünnberg da gibt es richtig viel Musikauswahl was man jetzt in Hamburg zwar auch hat, aber jetzt nicht von der Musikrichtung her, da gibt es meistens die gleichen so, das ist schon geil das ist der Fantasy Lounge aus Augsburg dürfte es sein, richtig Augsburg so, mal gucken, was haben wir denn noch ja, keine Ahnung gut, Hormatwelle ist auf jeden Fall weg leider ja SRF Musik, weil das auch so Volkmusik okay, meistens gut, dann haben wir noch ja eigentlich nicht viel ja, gut das war es dann auch schon alle, bei Wünnberg kriegt man extrem viele Sende rein also richtig viele ja, das war es dann auch wieder mit DAB Plus danke für die Zukunft bis nicht mal, ciao das war es ju ja, denn